Fahfachtfachtfachtfachtfäch Fahre nicht ins Wasser! Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge Bottle Inns mit Adıby und Balooie hier Papapapalam Mit dem unfähigen Fahrer Bin hier unfe kennt Stolz, heilt da, ich... Stopp Kein Problem. Aua, aua. Geht sonst noch? Aua. Fertig. Rette mich. Ich muss ins Auto. Sehr gut. Warte, stopp. Die müssen nicht droppen. Bam, bam, bam. Droppt es. Du kannst doch einfach mal aufballern, bis zum Gehen fahren. Da liegt es. Irgendwo. Oder auch noch nicht. Nee, ich sehe es noch nicht. Okay, stimmt schon. Ich glaube es auch noch nicht. Ja, wo? Unser Fahrzeug ist gleich kaputt. Ja, äh, nein, äh, Idiot. Hallo, dann mach mir irgendwie ein anderer Typ. Könntest du jetzt mal bitte ordentlich fahren? Das wäre schon mal, da fängt es schon mal sehr froh drüber. Halt. Ein bisschen eingefroren. Nicht so gut. Nicht so gut. Töte ihn. Töte ihn. Ich habe es. So, jetzt los. Zurück zum, zum Turm. Nein. Okay. Wow. Ja, danke. So, ich reparier mal eben. Aua. Mann. Genau. Könnte ich die Leiter nicht hochkommen, ey. So, dann machen wir jetzt hier noch schöner Dile wieder dran. Zack. Und oben. Nein. Du bist unfähig. Nein, du bist unfähig. Kann nicht mal springen. Doch, du bist unfähig, kann nicht springen. Kann nicht mal ruhig. Kann nicht mal ruhig. Ich habe die Dampfpumpeile gemacht. Wir sind Startklammern. Schalt sie ein und lass die Funken fliegen. Wuhu. Und. Sie funktioniert. Ich habe den Stalker klappen, oder? Das schwarze Brett sollte jetzt wieder Trauer haben. Aktiviere es. Es dürften jede Menge neue Jobs für dich da sein. Das ist ein Job. Ich drücke auch mal auf F. Ja. Geil. Level up. Hey, du. Die Bluttschatz haben meinen letzten Kurier-Dino zum Krippel gemacht. Du kriegst Geld, wenn du diese Pakete rechtzeitig zustellst. Oh ja. Rechtzeitige Zustellung. Wir sagen, die Mission machen wir auf jeden Fall. Und damit verpissen wir uns mit den Nähe-Missionen. Sonst wird das ein bisschen knapp, wenn wir die ganze Zeit nur Nähe-Missionen machen. Wie, du willst nicht alle Nähe-Missionen machen? Im Ernst? Ich hätte jetzt echt gedacht, wir machen die alle. Wir haben noch die Map-Packs nämlich vor uns. Ja, kein Plan. Das wird ein bisschen eng. Echt? Du wolltest echt alle machen? Ja. Kein Plan. Seriously? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Musst du sagen. Hauptsache, wir haben das Level nachher, wenn wir die Missionen dann nicht machen. Ja, klar. Ich habe Paket. Los, hier, los. Los, los, los. 1.30 Uhr. Los, los, los. Ich bin doch gar nicht bei Auto. Los, ab ins Auto. Oh, die Mission kennt ihr. Oh Gott, das wird schwer. Fahr, 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 fahr. Fahr, fahr nicht ins Wasser. Aufsteigen, los, 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 zustellen, zustellen, zustellen. Wie kann man so unfähig sein? Im Wasser landen, mit unserem einzigen Erfahrung. Zustellen, Maluin, zustellen. Du kannst das auch. Ja, wir müssen das zusammen machen. Ja, ich bin doch weg, ich bin doch weg. Ach so, ah, das zustellen, okay. Verpasst euch, wir haben hier Post. Hallo, wir sind die Post. Thomas davon hört, dass man die Post nicht unbedingt beleidigen soll. Oh, scheiße. Was ist denn das für eine kacken Mission, ohne Witz? Hat er gerade gesagt, wenn ich einen D-Flatter habe, meine Hose? Bestimmt hat er das gesagt. Hallo, da hinten im Briefkasten. Ich habe einen, ich habe einen. Hier oben. Scheiße, wie komme ich da hin? Wie komme ich da jetzt rüber? Das war schlecht. Das haben wir, geschmeidig. Ja, ich hänge gerade im Wasser fest und komme auch nicht raus. Da, da geht es. So, dann müsste jetzt hier noch ein Briefkasten sein. Hallo, Boss nicht da. Oder? Ne, doch nicht. Ach, du bist hier schon. Noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Los, doch, 2,50 Sekunden. Hast du Klo? Oh, ganz oben. Was ist das für eine Mission, ohne Witz? Und? Yeah. So schnell? Ich habe mich nicht erholt. Sie haben mir nur die Springstöcke und die Beine geklebt. Er ist fit wie ein Turnschuh. Du kriegst eine Kündigung mit der Post. So war nett von dir, danke. Finde ich schön. War schön für sie gearbeitet zu haben. Tö. Wo ist denn die Toilette, die du gesehen hast? Da kommen wir gleich auf dem Rückweg wieder hin. Das ist so geil, dass man hier keinen Fallschaden kriegt. Einfach mal, ey. Ach, dies hier. Hallo, Toilette. Oh, 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 oh. Die will ich haben. Was ist denn das? Sniper. Ne, schlechter als meine Sniper. Ja, die hat halt einen Feuerschaden, ne? Kommt die auf. Hey! Burn, baby, burn. Oh, oh, oh. Er hat mich ins Wasser geschubst, der Arsch. Das ist nicht gut, Early. Kannst du die töten? Nein. Nicht so. Hab dich. Danke. Hilft aber gar nicht so viel. Vielleicht wieder Spruch werden werde. Weil ich hier in den Scheiß-Stein festhänge. So. Och, das gibt's denn jetzt, was explodiert neben mir. Deine Granate. Ja. Hütte mich. Und wo's hin? Hier, lege ich. Dein Bot ist scheiße. Hast du gerade gesehen, wie Death Trap aussieht? Nein! Du hast auf F gedrückt, oder? Oder auf E. Du bist so unfähig, Maluina. Ich will die gerade wieder belegen. Das war geplant. Ich wollte die Quest abgeben. Genau, Maluina. Ich lebe doch mal die Quest ab, wenn ich schon hier bin. Hallo! Bitteschön. Kannst dir eine Waffe aussuchen oder einen Granaten-Mod? Nee, muss immer hinkommen. Nein, kannst auch so. Muss mal in dein Inventar gucken. So ein Schrott aber auch. Meine Güte. Es tut mir leid. Sicher, dass ich nur mein Inventar... Ah, geil. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Granaten-Mod. Ah, hab ich auch genommen. So ein Scheiß. Das geht immer nur mir. Wo ist das Auto denn? Das hab ich mitgenommen. Das ist mit explodiert. Füll ich mal ab, ne? Ja, das wär nett. Wirklich. Hä, wo ist denn die Granaten-Mod, die ich freigeschaltet habe? Ich hab da ne neuer, da. Hi, Early. Aboa. Runter. So, wohin jetzt? Quest. Nee, nee. Warte mal, was haben wir denn hier für eine Quest machen? Haben wir gar nicht gemacht. Wie haben wir nicht gemacht? Medizinisches Rätsel. Ist doch hier. Nee, was? Woher weißt du das? Das haben wir gar nicht gemacht. Ja, weil wir die doch hier machen sollten. Und dann haben wir aber das Ding repariert, statt die Quest machen. Ja. Und dann haben wir eine neue Quest bekommen. Ja, ja, klar. Jetzt weiß auch wieder was wir machen wollten. Das ist lustig. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo kommen wir richtig geile Waffen gleich? Ja? Das ist natürlich nice. Glaube ich. Geile Waffen sind mal gut. Ich packe schon mal die Sniper aus. Ja, dem fliegt sie mich mal ganz geschmeidig an. Ja, du hast mit deinem scheiß Cheat-Bot da, weißt du? Burn, baby. Weißt du, die Kamera von hinten? Das macht Death Trap. Ich finde dein Death Trap äußerst nützlich, wenn ich ehrlich bin. Der macht so richtig fett Schaden. Hast du seinen Clown schon mal gesehen? Ja. Sie sehen gut aus. Zumindest beschützen sie meinen Arsch. Hab ich immer schön gepflegt. Warte, ich will noch kurz Killpunkt vergeben. Hey! Der greift schon an. Was zur Hölle hat er denn da? Alter, wie der Typ denn. Was ausseht, hast du die Waffe gefunden, die meine Patienten durchleuchtet. Tu mir den Gefallen und nimm sie ihm ab. Nein, der Death Trap ist kaputt. Was? Ist klar, Junge. Sonst hat er keine Probleme, oder? Komm da nicht durch gegen das scheiß Schild. Wir müssen uns aufteilen, das ist einfach nicht. Hallo, ey. Das ist nicht gut, oder? Ich kann dir da ganz schlechten Arschrecken. Kannst du hier in die Nähe gehen und dann mich aufheben? Ja, warte. Hier ducken? Rediger Sterben, verschießen! Manu, blorder, ey. Lass dich nicht von dem Treppen. Wir müssen den umkreisen. Wow, einer muss hinter den. Oh, ja, oh, ja, oh, 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 oh. Ich geh hinter ihn, geh hinter ihn. Oh nein, oh nein, oh nein. Wow, nein, 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 nein. Ich verstecke mich. Der Death Trap ist gleich wieder bereit. Oh Gott. Blöde, du musst mich aufheben. Triffst du ihn von hinten? Ja, ich treffe ihn ganz gut von hinten, aber das wird nicht reichen, die ich dich treffen kann. Ich habe selber keine AP. Ich muss kommen, rein. Ich muss kommen, rein. Wenn er nicht einmal triff, warte, ich komme eben zu dir. Ich schaffe es irgendwie. Granate, das war's. Kommt, Death Trap. So, jetzt geht's ab hier. Du Arsch. Sag mal, Baloui, was hast du denn für eine Fähigkeit? Das ist unverwundbarkeit, also fast unverwundbarkeit. Und dann halt Munitionsregenerierung und so. Ich liege hier, Baloui, hinüber. Ja, warte, ich meine eben tot. Nein, Baloui. Nein. Erst gucken, dann anfassen. Nein. Das sind seine Leiche oder so. Der hat, glaube ich, eh nichts gescheitungsweise. Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. E-Tech. Ist eh nur HP. Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll, brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Was? Warum probierst du Dr. Mercy's E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? Ja. Das ist klar. Hast du die Waffe? Jo. Warte mal, hier sind die braunen Steine, die wir für Claptrap holen sollten. Ja, stimmt, die blauen Steine. Nicht, dass sie sie vergessen nachher und er ist dann nachher traurig. Ja, das wäre blöd. Diese Waffe ist geil, wir für die behalten? Glaube nicht, oder? Ja. Ich habe Nachforschungen angestellt und es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Laster Rifles, Plasma Kanonen, Braille Guns klingt wunderbar gefährlich. Das ist auch eine E-Tech-Waffe, ne? Ja, wir haben beide, das ist die Missionswaffe. Aber irgendwie haben wir noch nicht genug von den Viechern getötet. Kommt! Kommt! Kommt, ihr Feiglinge, kommt! Wo seid ihr denn? Komm, wir gehen einmal weg, dann spawnen die wieder. Boah, nicht mehr. Geh Angst vor uns. Vor dir. Ich glaube, ich war es nicht weit genug mit mir weg. Ja, wir müssen mal etwas wegfahren und wieder zurückfahren und spawnen die, glaube ich, neu, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall nicht genug Banditen. Ne. Dabei habe ich ja alle mit der E-Tech-Waffe getötet. Ja, ich habe ja auch gut meinen Dingen war ja noch aktiv. Ach so. Das kann ja nicht sein, dass ich keine mehr spawnen, ist ja auch scheiße. Bisschen, ja. Aber meistens hilft es, wenn man wegfährt und wieder herkommt. Oder einmal aus der Region rausfährt. Ja, wir können hier erstmal eine andere Mission machen und dann hier wieder zurückkehrt. Oder so. Oder so. Oder so. Ist alles in anderen Regionen, hier ist nichts mehr. Deswegen können wir einfach rausfahren aus der Tür und dann wieder umdrehen, dann sind die auf jeden Fall wieder da. das ist schnellste und dann sind wir halt schon mal hier weißt du Stimmen als spieler dem ist in optionsmenü auf deine bedürfnisse ab die ganzen optionen werden dich einfach umhauen Umhauende optionen Ich bin immer schön Weil ich gedacht habe ich drücke was anderes Du kannst neue maßgefährdete objekte freischalten in dem du herausforderungen abschließt bestimmte Das hat sich gelohnt einzusteigen Das hätte ich hier erlauben können ohne Witz So meine Freunde Kommt mal wieder her Ja aber nur das hat sich echt gelohnt Die kommen eigentlich wirklich immer wieder Na dann müssen wir es nach dem nächsten Relog machen Kein Plan Kein Plan Ja dann machen wir das ganze nach dem Relog Das bedeutet auch damit dass äh Die Folge an dieser Stelle zu Ende ist Genau Wir hoffen euch hat das ganze gefallen Lasst ein Daumen nach oben da Wenn dem so sein sollte Guckt beim Early Boy vorbei Beziehungsweise bei mir Links wie immer unten in der Beschreibung Und dann sehen wir uns vielleicht morgen Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge Borderlands wieder auf Was für ein Ende Wie die Alter einfach schreit Also haut da rein Alter Tschüss Bis dann Ciao Ciao